Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Meldung bei Allerias Posten, anzunehmen bei Genai Sternwisper, in den Wäldern von Terokar, an dieser Position. Rechts unten sieht man auch zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Mir ist jetzt keine Vorquest bekannt, falls ihr eine kennt, dürft ihr es gerne in die Kommentare posten. Ich nehme die Quest auf während des Wedges 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte vom Prinzip her auch in BC Classic funktionieren. Wie ihr seht kann ich fliegen, aber ich fliege ziemlich nah am Boden, damit ihr meine Wege nachverfolgen könnt. Also keine Geheimnisse. Was? Der Wolf hat mich aus der Luft geholt? Okay, das kann doch nur mir passieren, während ich ein Video aufnehme. Okay, witzig war er schon. Ärgerlich, aber witzig. Okay, weiter geht die Reise. Falls ihr Lust habt, könnt ihr mich auch auf Twitch finden. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung, da bin ich vier Tage die Woche live. Samstag, Sonntag ab 6 Uhr Winterfrüh. Dienstag, Donnerstag ab ca. 17 Uhr 15. So, Quest ist abzugeben bei Leutnant Meridian in den Wäldern von Terokar an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier wieder mittels ein Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. Eizocke Ende.